Ja, das war ein schlimmes Ding, wie es mit dem Rasenfreak ging. Hallo, liebe Rasenfreaks. Es passieren die merkwürdigsten Dinge. Nach einem kleinen Muskelfaserriss in der Wade, weil ich meinen E-Flex von der Rampe abstützen wollte und ich mit meiner Wade das ganze Gewicht abgestützt habe, hat es dann einmal ping gemacht in der Wade, hat richtig geschmerzt. Einen Tag konnte ich nicht auftreten, am zweiten Tag ging es schon. Jetzt haben wir den dritten Tag, Samstag, den 5. Oktober, was habe ich noch gemacht? Ich habe eine riesen Schwalbe gedreht. Ich bin bei uns im Haus unsere steile Treppe oben zu meinem Arbeitszimmer komplett runtergefallen, ausgerutscht und dann einmal die ganze Treppe runtergeknallt. Das ganze Bein ist blau und aufgescheuert, aber ich habe mir Gott sei Dank nichts gebrochen. Alles gut, also kann ich heute wieder Filme machen. Was hast du mit dem Hintergrund gemacht? Einen Step-Tanz. Ah herrlich, mal wieder Sonne. Schön. Wie zieht euch das rein? 18 Liter. 10 Liter. 15 Liter. 16 Liter. Untertitelung. BR 2018 Ja, Freaks, er lässt echt viel zu viel stehen. Also das sind wirklich, ich sag mal, 30 Prozent der Halme sind nicht kurz gemäht. Es ist insgesamt nicht schlecht, aber es ist nicht dieser gleichmäßige, bürstenartige, teppichartige Schnitt. Also da wird jetzt die 8er Spindel gekauft und dann wird das wahrscheinlich noch ganz anders sein. Ganz gleicher Schnitt, alle Halme auf einer Höhe, das ist das Ziel. Na, Schatz, wie ist's? Na, Freaks, hab ich hier eine tolle Frau. Ist die nicht cool? Und ich zwinge sie nicht. Nein, ich zwinge sie nicht. Da ist sie. Meine Greenkeeperin. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss. Hallo, Connor. Hey, Connor. Ball on the lawn. Same to me. Ich habe ein schönes Paket von rasengrün.de. Ein schönes Paket von Rasengrün. Was ist hier drin? Super spannend. Packe ich jetzt aus und ihr seid dabei. Das nächste große Ding. Ja, ihr werdet's gleich sehen.